Da 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 Shut the fuck up Ja okay, ich wollte mir diese geilen Trailer machen, ihr wisst doch so Weil das Video heute wirklich ein ganz besonderes Video ist Ich hoffe, ihr habt alle richtig gute Laune, denn ich hab auch gute Laune, denn das heutige Video ist in Zusammenarbeit mit EA entstanden Sie haben mich nämlich gefragt, ob ich heute den neuen FIFA-Modus Volta Arcade spielen kann Und natürlich hab ich da gesagt, ja man, let's go Ja okay, vielleicht hab ich das nicht genau so gesagt Der neue FIFA 22-Modus Volta Arcade bietet dir eine völlig neue Art und Weise, FIFA Online solo oder mit Freunden zu spielen Und dabei spielt es wirklich keine Rolle, ob du gut in FIFA 22 bist oder nicht Im neuen Volta Arcade-Mode geht es nur um Spielspaß Der neue Modus ist nur am Wochenende spielbar und du kannst hier zusammen mit drei deiner Freunde spielen Oder mit Spielern aus der Volta Community Das Ganze ist aufgebaut wie ein Turnier, nur dass es hier um Spielspaß geht Das heißt, ihr werdet bei dem Turnier vier zufällig gewählte Partyspiele spielen Und müsst nur die meisten Punkte erzielen, um das Turnier zu gewinnen Zu Beginn wird das Ganze acht Minispiele geben Eins wird davon sein Fußball-Tennis, Dutchball und vieles mehr Und als Belohnung könnt ihr euch Volta Münzen und Volta XP erspielen Deswegen zeige ich euch das Ganze jetzt mal Schaut das Video unbedingt bis zum Schluss an Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht Liked das Video, abonniert den Kanal Und jetzt würde ich sagen EA Sports to the Game Ich habe mir den besten Charakter in FIFA 22 erstellt Ich habe getüftelt, analysiert und wissenschaftliche Forschungen zusammengeführt Und dann habe ich mir meinen Charakter erstellt Ich darf euch vorstellen Da ist er, tadaa Ey, was lacht ihr, Mann? Hier, guckt euch mal Wannabe an Ich kann ihn, ne? O Gott, ich kann ihn Tadadadadadadadadadadadadu Mitarbeiter große Wikinger Chris Der gut aussehende, schönste Braxis Dann haben wir Wannabe hier Und den atemberaubenden Bahreel Gut, dann habe ich euch auch vorgestellt Ich würde sagen, wir gehen direkt in das erste Minispiel rein Let's go! Spiele eine Runde Dodgeball bis 15 Punkte Triff deine Gegner mit dem Ball Um einen Punkt zu holen Das ist sowas wie Völkerball Sagt man das so? Ja Und wir müssen uns gegenseitig abknallen Zwei gegen zwei Okay, Wahey Wir sind zusammen Wir müssen die fertig machen Triss weh, du verlierst, Alter Du musst ihn nur abknallen, Wahey Knall sie einfach nur ab Ich kann mich gar nicht treffen Ich bin voller Winzling Oh Nein, fuck Wahey Let's go Fuck Ja, ich hab ihn Nein, ich wurde abgetroffen Versteck dich in die Ecken und so Nicht in die Mitte gehen Ja, sehr schön Boah, Junge, hast du gesehen? Ja, schön, schön Nein, ich bin abgetroffen Oh, nein Oh Warte Geh weg, geh weg Nicht in die Mitte Verdamm Schieß, schieß, schieß doch Los, Chris Ich hab ihn Nein, ich wurde getroffen Okay, schön, schön, schön Vergebt sich das mit Vierdeck ausweichen Ja, ja, ja Ich hab noch einen getroffen Es ist unsere Rüchte So wie Pay Rüchte, was ist denn Rüchte? Ah Beim Schießen Ich hab ihn nicht Geh weg, geh weg, geh weg Schieß Der schießt nicht Ja Der Liede Wer hat den denn? Ey, Wahe Schön, Wahe Ja Ja, jetzt Nein Komm, wollen wir die Kämpfe, Junge Nein, nein, nein Schieß, schieß, Wahe Schießt Ich hab dich kosten Treff Nein Nein Nice Wahe, ich schwirr, wir spielen nicht mehr zusammen Wahe Du schaffst es Knall ihn ab Ey, check ihn fast Ey, check ihn fast Was machst du? Check ihn fast Wahe Wahe Schieß ihn ab Schön Kann ich's noch machen? Let's go Keine Chance Chris kann gar nicht mehr aufstehen Ich bin so am Arsch Ey, wie ein Lächer Let's go mal 15, 10 für uns Stop So, wer ist der erste? Wahe Du bist der erste Ich mach mal Let's go So, das zweite Spiel Disco Lava Hier müssen wir einfach nur so viele Felder wie möglich gewinnen Und das ist einfach jeder gegen jeden Hab ich das gut erklärt, seid mal ehrlich? Ja, manche haben alles verstanden Du hast alles verstanden, ne? Oh mein Gott Jetzt wird's spannend Gelb muss Ey Ich bin wieder gelb Warum bin ich lila? Weil du lila bist Danke dir, Digga Boah, ich hab noch ein Feld, was? Ja, let's go Nein, 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 nein Ey Ich krieg Ey, das ist doch unglaublich, wirklich Ich bin so fokussiert jetzt gerade nach dieser Runde von gerade Ja, schön Hat mein Ball geklaut Ja, sehr schön Ein Punkt will ich nicht Nein, das ist unfair Ey, wer hat mir meinen Ball weg? Das ist unfair Das war unfair Hallo Hat leider meinen Ball weggeklaut Echt? Ja, 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 ja Ja, das sind alle meine Oh, das war eine wichtige Runde Let's go Komm schon, Mann Ja, nein Wieso bist du rot? Hä? Hä? Was ist das? Ja, das ist der Schäferin Du musst auf die Felder laufen, Mann Du musst auf die Felder laufen Wo ist mein Ball? Nein Ey, gelb klaut immer mein Ball da Let's go Wer ist denn rot? Ja Ich? Ey, ich hab keines Ich bin letzter, glaube ich Ich schweihartet den hier so hart Chris, Chris rasiert Das ist mein Spiel Da seh ich mich Da siehst du dich Jawohl Ey, yo Wer bist du? Lass mich hier durch Okay, jetzt aber Zack Ein Punkt für mich Tausend Punkte Let's go Zack Das ist auf jeden Fall mein Lieblingsmodus hier Ja, das merke ich schon Der spielt Der schwitzt hier um alles Ey, hör doch auf Guck mal, wie er gegen mich läuft Ey, Bruder, ich spiel nicht mehr mit dir Dahinten, dahinten Ey, er hat mich weggetacklet Das war eigentlich nicht Das war Ey, ich schwöre, das ist Chris' Runde Das gibt's doch nicht Ich glaube, ich bin letzter Ey, hör auf Chris Heinz? Nein Das war wichtig Wichtig Ey, Foul Das war ein Folk Chris, Chris Chris ist raus Rote Garte Wo ist Pferde? Simulant Hab ich gewonnen? Ich bin vor, Brexit ist immerhin Gott sei Dank, ey Was steht denn da? In der ist eine Position Dafür ein Name Bahe ist immer noch Nummer 1 Bahe hat gewonnen? Will ich jetzt nicht sagen Unverdient oder so, ne? Also will ich wirklich nicht sagen Unverdient So, meine gutaussehenden Boys Die dritte und vorletzte Runde Lautet Fußball-Tennis Ihr kennt alle Fußball Und ihr kennt alle Tennis Ich glaube, das Spiel ist selbst erklären Okay, Wannabe und ich Gegen Wahe YouTuber gegen Nicht-Nicht-In-Tuber-Duell Okay, ey Wahe Wie schieß ich denn jetzt? Wie mach ich Flanken? Alles mit Vierg Okay, los Er hat alles vergessen, was er gerade gelernt hat Schieß Nochmal Schön Hey, wir haben gewonnen Ja Let's go Oh, der war schön Ja, ey Wahe Wir gewinnen da So, ich muss auch erst mal checken, wo ich bin Kopf Direkt Vierg Nicht nehmt Oh, der war ecklich Oh, shit Oh, der ist schön, der geht schön Schön Aus Ich dachte wirklich, der war schön Der war echt scheiße Komm mal zu mir Drück ihn Schön in die Ecke Oh, jo, okay Bam Das sind solche Direktabnehmer Ja Oh, Klavier Oh, nein Was machst du denn da vorne? Was hab ich denn da gemacht? Hab ich, hab ich, hab ich Oh, oh Oh mein Gott Der ganz ekelhafte Hals Der ganz ekelhafte Hals Zack Guck mal hier Lüpfe auf dich Guck die da Oh, ich hab den Krieg Der war geklaut Ja Shit Ja, okay Der ist schwach Hast du auch richtig die Schwache? Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich Hab ich nicht, hab ich nicht Ah, der hat wieder gut gemacht Alles klar Oh, mal, ey, sorry Der hat zwischendurch eingebillt Muss man den Lupferino gleich auspacken Oh Oh, der hat es gesehen Oh Oh Shit Mit dem Rücken Ein Rücken kann auch entzücken Schön Er hat ihn Wollen wir mal direkt rüber, die sind ekligen Guck mal Was machst du denn da? Ja, ich wollte auf Pool machen Ich wollte auf Pool machen Mach jetzt ordentlich, mach jetzt ordentlich Wir dürfen nicht Er spielt halt immer auf die Leute drauf Er hat uns auseinandergenommen Ey, das ist die letzte Runde, ne? Wir sind auf der anderen Seite die jetzt Pass auf Oh, das ist die eklige Seite Boah, ey Warum mach ich diese Tricks? Die will ich gar nicht machen Wieso ich nicht? Ich spiel einfach gar nicht mit Alles klar Jetzt aber Schön, der war schön Der war schön Der war Der war Der war von Bälle Der war Asozial Hä? Irgendwie der Einzige, der rumläuft Oh, aus, aus, aus Oh mein Gott Komm hier, Pinky Gib her Achso, ich spiel Pass Warum beleidigst du mich gerade? Doch, ey, ich Was hab ich gemacht? Das war, dass Jesus einfach nicht gelaufen ist Was ist der so? Hä, zählt der denn noch? Der darf hier einmal aufkommen Oh, wie schlecht Oh nein Ah, 7-7 Es wird ein spannendes Rennen hier Boah, der war stark Digger, wie war der denn, ey Ich will auch mal so'n Ekligen Oh, oh, ey Das ist der Punkt, das ist der Punkt Jawohl Oh mein Gott, der hat den Topf genommen Hier, was auch Was machen? Hallo Das war deiner Wir haben verloren Stark Ich hab das gar nicht realisiert Wer ist es? Ihr seid die Verlierer, Mann Kriegst du nicht gehen ab? Oh ja Wir haben richtig verhört Weiß, immer noch auf Platz 1, ey Das gibt's nicht Schießstand Okay, das ist ganz einfach Hier müsst ihr nur auf die Ziele schießen, Alter Wie mach ich einen Angeschen-Schuss? Wie wär's mal, wenn man das reden lernt? Ab in den Kreis reinschießen Oh, schade Was schießt denn da so gut? Ja, ne Hab ich ja Ich hab nur einmal getroffen Wir sind da richtig stabil unterwegs Yo, hey Was war das für ein Schuss? Ey, schieß so scheiße, ne Das gibt's doch nicht Schieß Ich bin doch gut in diesem Spiel Wo ist mein Ball? Ey, das ist so grobes Foul, was ihr hier alle macht Das ist kein Foul Hier, Schuss in Nein, ich hab ein great time Scheiße Boah, da ist nur einer Kommt nix Hier kommt nix Ich muss den einen treffen Der gibt tausend Punkte Der gibt tausend Punkte Schieß Oh mein Gott Ach, man kann auch die Menschen abschießen Ist das dein Ernst? Hallo Nein Oh, ich treff nicht Meiner ist so klein dafür Ja, let's go Hier ist noch einer Ja, okay Hey Er will, ich stehe genau davor Ich treffe Ey, ich bin ausgleich das Feld ist Ja, ich hab ihn Let's go Scheiße Er gönnt mir einfach keine Bälle Hallo Oh mein Gott, ich weiß nicht Ich hab mich gar nicht einmal darauf zu gucken Alter Alter, ich krieg den Hallo, ich will den ganzen Kauli hier Es gibt nur diesen Kauli gerade Jeder, jeder ist ein Real Talks Guck mal, keiner trifft Ich stehe, die kriegt noch hoch Ihr trefft den alle Ich geh jetzt ganz nah dran Ja Nein, das gibt's doch gar nicht Oh, die Runde hab ich verkackt Aber mega Oh, ich hab ihn Oh mein Gott Scheiße Komm, geh hoch, geh hoch Hier Hab ihn Nein, ich wollte den Goldene treffen Nein 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 Ich hab ihn Let's go Ich hab ihn Da ist noch ein Goldener Alter, nein Ja, boah Wichtig und richtig Hallo Wer hat gewonnen? Fake Wannabe hat gewonnen Ja, da ist er wieder GG So, damit haben wir einen erstplatzierten Und das ist Vahel Mit 3.400 Punkten GG, Vahel Herzlichen Glückwunsch Willst du noch irgendwas sagen? Alles Ja, Leute, das war FIFA 22 Volta Arcade Checkt auf jeden Fall den ersten Link unten in der Videobeschreibung ab Es macht unheimlich Spaß Danke an die Leute, die hier mitgemacht haben Und danke an EA, dass sie das möglich gemacht haben Und ja, haut rein Hey, Grinch-Vexion Du bist mein Lieblings-YouTuber, bitte Hey, ich kann es grad nicht glauben, was?